Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute eine wirklich sehr interessante Sendung auf die ich mich schon seit längerer Zeit freue, die ich aber immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil das Thema sehr anspruchsvoll ist und gar nicht so einfach in gute Worte zu fassen ist. Ich werde es aber heute versuchen euch näher zu bringen auf unterhaltsame und informative Art und Weise wie gewohnt. Es geht um Mystik, das bedeutet es geht um den Bereich der Religion, der mit der erlebnishaften Begegnung mit dem Heiligen zu tun hat, wie es der Religionswissenschaftler Gustav Menching einmal ausgedrückt hat. Und es geht auch um das antwortende Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen. Denn genau das ist die mystische Grunderfahrung, die der Religion oder dem religiösen Erleben zugrunde liegt. Und wir wollen uns heute einen speziellen Teilbereich der Mystik anschauen, nämlich die deutsche Mystik. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ausgerechnet deutsche Mystik? Warum nicht Mystik allgemein? Warum nicht fernöstliche Mystik oder dergleichen? Und das hat für mich einen sehr persönlichen Grund. Ja, eigentlich zwei Gründe, wenn man es genau nimmt. Viele Menschen haben heutzutage eine große Sehnsucht nach Religion, nach Spiritualität, nach mystischen Erfahrungen. Und diese Menschen wenden im Regelfall ihren Blick nach Osten. Ja, man sucht die mystische Weisheit in den Traditionen der Sufis. Man schaut auf den tibetischen Buddhismus und die Meditationspraxis, die dort gelehrt wird. Man geht vielleicht zum Yoga und ergründet das alte Wissen der Veden. Vielleicht richtet man den Blick sogar bis nach China zum Taoismus. Und das sind alles wundervolle Traditionen. Oder auch die jüdische Mystik, die Kabbalistik wäre an dieser Stelle zu nennen. Es sind alles Traditionen, die einen eben in diese erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen hineinführen. Es sind Wege zu Gott. Und als solche schätze ich all diese Traditionen und beschäftige mich auch damit. Aber es ist auch so, dass wir hier im Abendland, im christlichen Europa ebenfalls eine Traditionslinie haben, die den östlichen Lernen in keinster Weise nachsteht. Und hier dann nochmal ganz speziell im deutschen Sprach- oder Kulturraum. Die Deutschen sind ja nicht ohne Grund als das Volk der Dichter und Denker bekannt geworden. Und die ersten Dichter und Denker, die dieses deutsche Volk eigentlich hervorgebracht hat, das waren unsere Mystiker. Und das sind nicht wenige. Und die waren auch für die geistesgeschichtliche Entwicklung des Abendlandes nicht bedeutungslos. Ganz im Gegenteil. Sie waren sehr prägend. Es ist ja auch so, dass wir in der Bundesrepublik seit 1945 diesen Trend haben, alles Deutsche zu verteufeln oder zumindest das Deutsche als etwas Verpöntes zu betrachten. Ja, gar als etwas vielleicht Minderwertiges. So wird es uns zumindest im Mainstream oder auch an den Schulen vermittelt. Als Deutscher darf man auf keinen Fall stolz sein auf die eigene Tradition. Ja, man darf auch auf keinen Fall sich überhaupt eigentlich mit dieser Tradition befassen. Man ist dann ja schon gleich rechtsradikal. Und das ist natürlich eine Geisteskrankheit, der ich auf meinem Kanal immer und immer wieder nachhaltig entgegenwirke. Wir wollen uns natürlich gerade die deutschen Traditionen anschauen. Denn unsere Geschichte ist mehr als 2000 Jahre alt. Sie wurzelt in die Welt der alten Germanen, davor noch in die Welt der Indogermanen. Und da haben wir natürlich einen ganz reichen Schatz, den es zu heben gilt. Ich werde allerdings heute euch mehrere Mystiker und ihre Lehren vorstellen, die aus dem christlichen Bereich stammen. Das heißt, die germanische Frühgeschichte, die keltische Frühgeschichte Deutschlands und auch die slawische werde ich weglassen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen fehlen uns aus diesen Epochen die nötigen Schriftzeugnisse, um jetzt wirklich mystische Lehren rekonstruieren zu können. Und zum anderen wäre das nochmal so ein eigener Bereich. Das wäre dann eher unser heidnisches Erbe vielleicht. Uns wird es heute vor allem um christliche Mystik gehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, unsere Kultur ist mehr als 1000 Jahre lang ganz dominant durch das Christentum geprägt worden. Und hier gibt es einen reichen Schatz, den wir heute ergründen wollen. Und die erste Person, die für diese deutsche Mystik von Bedeutung ist, die greifbar ist, die uns etwas hinterlassen hat, was noch heute fasziniert, ist interessanterweise eine Frau. Und es geht jetzt zuerst einmal um Hildegard von Bingen, die ich euch einmal detailliert vorstellen möchte. Auf diesen Bildern sehen wir Hildegard von Bingen, so wie man sie sich im Mittelalter dann vorgestellt hat, als eine Frau, die göttliche Visionen empfängt und diese niederschreibt. So ist sie bekannt geworden als mystische Visionärin. Geboren wurde Hildegard so um das Jahr 1098. Das ist sehr interessant, weil ihre Geburt fällt damit mitten in den ersten Kreuzzug. Ein Jahr später, im Jahr 1099, haben dann die Kreuzfahrer Jerusalem erobert. Und insofern auch für das Christentum eine sehr besondere Zeit, in die jetzt diese Hildegard geboren wird. Sie hat auch ein relativ langes Leben. Sie stirbt erst 1179. Ja, findet bei einer Lebenserwartung, die im Mittelalter doch deutlich geringer war als heute. Oder zumindest nimmt man das heutzutage an. Es ist schon ein sehr langes Leben. Sie ist in den Orden der Benediktinerinnen eingetreten. Ja, stand also in der Klostertradition des Benedikt von Nursia. Und sie wurde als zehntes Kind ihrer Eltern ins Kloster gegeben. Es gibt ja diesen biblischen Satz, ein Zehnter, der an Gott geht. Und so nach diesem Motto haben dann ihre Eltern ihr zehntes Kind ins Kloster gegeben. Und da war sie schon sehr jung. Da schreibt sie selber drüber. In meinem achten Jahr aber wurde ich zu geistlichem Leben Gott dargebracht, als lateinisch Oblater. Und bis zu meinem fünfzehnten Jahr war ich jemand, der vieles sah und mehr noch einfältig aussprach, sodass auch die, welche diese Dinge hörten, verwundert fragten, woher sie kämen und von wem sie stammten. Hildegard ist, wie ich schon sagte, vor allem als Visionärin bekannt geworden. Also als eine Frau, die, ja, man könnte fast schon sagen, prophetisch Visionen empfängt. Sie hat ein reiches literarisches Werk hinterlassen, was den Bereich der Religion, der Mystik umfasst, aber auch den der Medizin, der Musiktheorie, der Ethik und auch der Kosmologie. Sie war also wirklich eine große Intellektuelle ihrer Zeit. So um 1136 wurde sie in ihrem Kloster zur Magistra der Klosterschülerinnen gewählt. Das heißt, sie hat dann das erste Mal so eine Führungsaufgabe bekommen und fiel dann interessanterweise dadurch auf, dass sie erst einmal die strengen Askese-Regeln gelockert hat und die Gebetszeiten verkürzt hat. Das ist ja jetzt eine Maßnahme, die man erst mal von einer Mystikerin vielleicht so gar nicht erwarten würde. Sie hatte, wie gesagt, Zeit ihres Lebens diese Visionen. Und die wurden dann um 1141, also da war sie schon 43 Jahre alt, so unwiderstehlich stark und überwältigend, dass Hildegard zutiefst eigentlich verunsichert war, was es mit ihren Visionen auf sich hat und sie auch gar nicht mehr dem widerstehen konnte, diese Visionen mit ihren Mitmenschen zu teilen. Und sie hat daraufhin einen Brief an Bernhard von Clairvaux geschrieben. Bernhard von Clairvaux, ein Franzose, ist der Gründer des Zisterzienser-Ordens, der auch indirekt bei der Gründung der Tempelritter mitgewirkt hat. Eine große Figur der Mystik und Theologie in dieser Zeit. Eine Kirchenautorität, also wahrscheinlich nach dem Papst war Bernhard von Clairvaux die Autorität im christlichen Abendland. Dem Bernhard schreibt sie nun also einen Brief, weil sie verunsichert ist, wie sie mit ihren Visionen umzugehen hat. Und das Interessante ist, dass Bernhard dann antwortet und ihr eigentlich bestätigt, dass ihre Visionen echt sind und dass sie gesegnet ist, dass es etwas Besonderes ist. Und das ist vielleicht schon mal ungewöhnlich, denn gerade im Mittelalter wurden ja eigentlich, eigentlich, zumindest nimmt man das ja häufig so an oder so wird es uns vermittelt, ja Leute, die mit eigenen religiösen Erfahrungen, sprich mystischen Erfahrungen, sich hervortun, dass die von der Kirche eher unterdrückt werden. Tendenziell dann eher als Ketzer verbrannt, zum Beispiel. Und hier ist es jetzt ganz anders. Hildegard wird anerkannt und es geht dann sogar so weit, dass sie im Jahr 1147, das ist sehr interessant, von Papst Eugen den Dritten, also so weit reicht dann schon ihre Bekanntheit, bis zum Papst, die Erlaubnis bekommt, ihre Visionen zu veröffentlichen. Das heißt, auch der Papst erkennt ihre Visionen als echt an, erlaubt ihr sie niederzuschreiben, der Öffentlichkeit darzulegen. Und das ist insofern interessant, weil sie damit die erste Frau in der Geschichte des Christentums ist, die eine päpstliche Bestätigung bekommt als Autorität in theologischen Fragen. Also Autoritäten in theologischen Fragen, das sind eigentlich die Kirchenväter, das sind die Päpste, das ist vielleicht Ordensgründer sind das, wie Bernhard von Clairvaux oder Benedikt. Und jetzt taucht erstmals eine Frau auf, der dieser Rang zuerkannt wird. Das ist schon wirklich beachtlich. Und hier gibt es noch ein schönes Zitat von Hildegard. Sie schrieb dann, Und ich erhob mich so selbst von der Krankheit durch die Stärke, die ich empfing und brachte dies Werk zu seinem Ende, ebenso in zehn Jahren. Und ich sprach und schrieb diese Dinge nicht aus Erfindung meines Herzens oder irgendeiner anderen Person, sondern durch die geheimen Mysterien Gottes, wie ich sie vernahm und empfing von den himmlischen Orten. Und wieder vernahm ich eine Stimme vom Himmel und sie sprach zu mir, erhebe deine Stimme und schreibe also. Das ist auch sehr interessant, dass sie hier gerade am Anfang ihrer mystisch visionären Erfahrungen von Selbstzweifeln geprägt ist. Das hat man öfter. Man denke jetzt mal zum Beispiel an den Islam, wo der Prophet Mohammed, nachdem ihm die ersten Suchen des Korans offenbart werden, auch an sich selbst zweifelt und sich erst mal zu Hause unter der Decke versteckt. Und sich gar nicht sicher ist, ob er jetzt den Verstand verliert oder ob ihm dort wirklich etwas offenbart wird. Das scheint Teil der mystischen Erfahrung zu sein, dass diese Menschen erst einmal auch an dem, was sie erleben, massiv zweifeln. Hildegard schreibt dann in einem Zeitraum von sechs Jahren ihr erstes großes Werk auf Lateinisch Scyvias, zu Deutsch Wisse die Wege. Und das ist ein Buch, wo es um ihre Visionen geht und welches insgesamt mit 35 wunderschönen Miniaturen ausgestattet ist. Und hier gucken wir uns mal zwei dieser Miniaturen an und man sieht schon, die sind unheimlich kunstvoll gezeichnet. Unten in der Ecke sieht man dann immer Hildegard, wie sie die Vision niederschreibt. Und die Vision ist hier praktisch im Zentrum der bildlichen Darstellung. Und wir sehen schon, dass es sich um kosmologische Visionen handelt, um das Wesen der Welt. Hildegard schaute hinter den Schleier der Täuschung hinein in göttliche Sphären und das macht sie so besonders. Sie schrieb dann im Laufe ihres Lebens auch noch andere Bücher, das Liba Divinorum Operum, das Buch der göttlichen Werke oder das Liba Vitae Meritorum, das Buch der Lebensverdienste, wo es um Laster und Tugenden geht. Heutzutage hat Hildegard von Bingen vor allem mit ihren heilkundlichen Werken in Verbindung gebracht. Wenn man ihren Namen heute hört, dann denkt man meistens zuerst so an Kräuterheilkunde. Und das hat den Grund, dass sie in den Jahren zwischen 1150 und 1160, also schon im sehr vorangeschrittenen Alter, zwei heilkundliche Werke verfasst hat. Und das Besondere an diesen medizinischen Schriften ist, dass sie zum einen die in den Klöstern oder Universitäten, das tradierte Wissen der griechisch-römischen Antike, die Säftelehre, all das verbindet. Dass sie das verbindet mit dem Heilwissen der weisen Frauen, also der traditionellen Kräuterheilkunde, wie sie in Deutschland auf dem Lande verbreitet war, wie sie die Frauen in den Dörfern kannten. Also die ganzen Heilpflanzen aus dem deutschen Volksraum hat sie gekannt. Und sie hat halt dieses Wissen mit dem antiken Medizinwissen verbunden. Man könnte vielleicht sagen, sie ist so eine geistige Vorläuferin des Paracelsus. Was auch interessant ist, in einem ihrer medizinischen Werke, da schreibt sie dann zum Beispiel auch über Schwangerschaften und solche Themen jetzt, die die Frauenheilkunde betreffen. Da beschreibt sie das erste Mal, also das erste Mal, dass es überhaupt jemand tut, einen weiblichen Orgasmus. Und das ist auch beachtlich, weil sie das sehr offen und freizügig drüber schreibt. Ich werde euch diese Passage mal vorlesen. Ist die Frau mit einem Mann vereint, dann kündigt ein lustvolles Hitzegefühl in ihrem Gehirn den Genuss dieser Lust und den Samenerguss bei dieser Vereinigung an. Ist der Samen an die richtige Stelle gefallen, dann zieht ihn die erwärmte starke Hitze im Gehirn an sich und hält ihn fest. Dann ziehen sich auch die Lenden dieser Frau zusammen und alle Glieder, die zur Zeit der Menstruation bereit sind, sich zu öffnen, schließen sich alsbald so fest, wie wenn ein starker Mann etwas in seine Hand schließt. Es ist nicht nur interessant, dass wir so eine Beschreibung des sexuellen Aktes aus dem Mittelalter überliefert haben, sondern dann auch noch aus der Feder einer Frau, einer Mystikerin. Und da sieht man schon, wie mutig Hildegard von Bingen eigentlich war, dass sie nicht nur diese göttlichen Visionen niederschrieb, sondern auch ihr Wissen um die Medizin, um den menschlichen Körper. Es sind von ihr auch noch an die 77 liturgische Gesänge überliefert. Das heißt, sie hat auch Kirchenmusik verfasst. Das ist veröffentlicht als Symphonie der Harmonie der himmlischen Erscheinungen. Was auch sehr kurios ist, was sie auch wirklich als große Intellektuelle aus meiner Sicht kennzeichnet und auch irgendwie mysteriös ist. Hildegard hat eine eigene Sprache erfunden, die Lingua Ignota. Und zu dieser eigenen Sprache hat sie auch ein eigenes Alphabet entwickelt. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Sprache heute noch irgendwie rekonstruierbar ist oder übersetzbar oder wer sich damit näher befasst hat. Aber man bekommt schon den Eindruck, dass Hildegard von Bingen uns ein unglaublich umfangreiches, ja man könnte beinahe sagen holistisches Werk überliefert hat. Und ich finde es ungemein wichtig, sie an dieser Stelle, ja in dieser Sendung gleich an den Anfang zu stellen. Weil gerade in Deutschland tobte ja in der frühen Neuenzeit, als das Mittelalter endete, die Hexenverfolgung. Und es wurden unheimlich viele weise Frauen, Frauen die altes Wissen hatten, sowohl medizinischer als auch mystischer Natur, verbrannt und ermordet. Und ein Stück weit wurden wir Deutschen dort auch schon unserer Tradition beraubt. Und Hildegard von Bingen, das ist für mich noch so eine dieser weisen Frauen, die wir hier im deutschen Kulturraum im Mittelalter hatten. Und sie ist ein glühendes Beispiel auch der Mystik und noch heute eine Inspirationsquelle. Widmen wir uns nun einmal dem vielleicht einflussreichsten deutschen Mystiker überhaupt. Es geht um Meister Eckart. Fast hatte ich ihn jetzt schon den wichtigsten Mystiker genannt, aber das würde dann doch einigen derer, die wir später in dieser Sendung noch behandeln werden, Unrecht tun. Meister Eckart ist aber auf jeden Fall derjenige, der den größten Einfluss gehabt hat auf die ihm nachfolgenden deutschen Mystiker, als auch auf Mystiker und Theologen im europäischen Ausland. Er ist wirklich eine Geistesgröße des Mittelalters. Er wird so um 1260 in Hochheim oder bei Tambach geboren und stirbt am 30. April 1328 in Avignon in Frankreich. Er gehört dem Orden der Dominikaner an. Das ist sehr interessant, weil der Dominikanerorden mehrere Mystiker hervorgebracht hat. Es scheint gar so, als wäre dieser Orden prädestiniert doch für mystisches Denken. Und die Dominikaner, die stehen zur Zeit von Meister Eckart im Kontrast zum Orden der Franziskaner, der auf Franz von Assisi zurückgeht. Und in der ganzen Theologie der Franziskaner, da wird mehr Wert auf die Rolle des Willens gelegt. Während die Dominikaner, den Meister Eckart angehört, die Betonung in ihrer theologischen Auslegung des Christentums auf den Intellekt, die Vernunft richten. Ja, also Willen bei den Franziskanern gegen Intellekt bei den Dominikanern. Das erkläre ich an dieser Stelle aus dem Grund, weil es so interessant ist. Das ist ein Orden, der also den Intellekt und die Vernunft betont, bringt viele Mystiker hervor. Wir haben ein ähnliches Phänomen gut 500 Jahre später im 18. Jahrhundert, als während der Aufklärung die Vernunft überbetont wird, gar vergottet wird, es zu Revolutionen kommt. Und die moderne Wissenschaft entsteht, sich akzentuiert und gleichzeitig im Zuge dieser Entwicklung mystische Bewegungen wie Freimaurer, Rosenkreuze, Alchemisten und Kabbalisten blühen. Das heißt, es gibt irgendwie eine Verbindung zwischen dieser Vernunfts- und Intellektsbetonung und auf der anderen Seite dieser starken Mystik. Und das zeigt sich schon bei Meister Eckart. Meister Eckart wird dann zum Studium nach Frankreich geschickt und im Jahr 1302 wird er in Paris zum Magister der Theologie promoviert. Und weil er diesen Magistertitel erhält in Paris, nennt man ihn Meister Eckart. Also Meister ist die deutsche Version von Magister. Falls man sich wundert, woher kommt jetzt dieser Name? Er war dann im Dominikanerorden in verschiedenen leitenden Positionen tätig und lehrte auch lange in Paris. Und eine seiner speziellen Aufgaben war auch die Seelsorge in Frauenklöstern. Also er hat dann sich praktisch seelsorgerisch um Nonnen gekümmert. Und die Theologie seiner Zeit, auch die, die er in Paris angetroffen hat, denn die Pariser Universität war die ausschlaggebende große Universität, wo die gelehrten Köpfe dieser Zeit sich trafen. Das war die Scholastik. Die Scholastik ist eine theologische Auslegung des Christentums, die auf Aristoteles und die aristotelische Logik zurückgeht. Ein großer Vertreter der Scholastik ist Thomas von Aquin, um dessen Lern es geht. Und Meister Eckart wiederum, das ist jetzt so interessant, der wendet sich gegen die Scholastik. Meister Eckart steht in der Tradition des Neu-Platonismus. Und das ist spannend, weil schon in der Antike gab es diesen Gegensatz zwischen Aristoteles und Platon. Platon war der Lehrer des Aristoteles. Es gibt ja auch ein berühmtes Gemälde, die Akademie, wo Platon und Aristoteles nebeneinander abgebildet sind. Und der eine Platon zeigt mit dem Finger nach oben zur Sphäre der Ideen und der andere Aristoteles mit dem Finger nach unten. Es ist, man könnte sagen, Aristoteles und Platon markieren die beiden großen gegensätzlichen Geistesströmungen im abendländischen Denken. Und zur Zeit, wo Meister Eckart jetzt wirkt, dominiert gerade die aristotelische Richtung. Die ist diejenige, die den Zeitgeist bestimmt. Und da wendet er sich jetzt gegen, indem er sich wieder der Gedankenströmung Platons annähert. Allerdings in der neu-platonischen Version. Der Neu-Platonismus entstand mehrere Jahrhunderte nach dem Tod Platons, zur Zeit des Römischen Reiches. Da ist ein großer Vertreter zum Beispiel Plutin, nicht zu verwechseln mit Platon. Also Plutin ist dann so ein später Schüler Platons, könnte man sagen. Und das ist so ein Vertreter dieses Neu-Platonismus. Und daran knüpft Meister Eckart jetzt eigentlich theologisch und philosophisch an. Und es gibt manche Forscher, die in Frage stellen, ob Meister Eckart wirklich Mystiker war, weil er eben halt auch so ein intellektueller Denker gewesen ist. Er war tatsächlich Theologe und Philosoph und zwar auch im akademischen Sinne. Aber Meister Eckart war halt auch ein Mystiker, dem es ums Erleben ging. Und ihm ging es vor allem um das Spannungsfeld zwischen Gott oder Gottheit und der menschlichen Seele. Ihm ging es darum, den Seelengrund zu erforschen. Und dieser Seelengrund, der sowohl in jedem Menschen ruht, als auch letztlich mit der Gottheit identisch ist, den hat Meister Eckart als nicht geschöpflich identifiziert. Der ist also nicht mit der Schöpfung erschaffen worden, sondern göttlich und ungeschaffen. Er postuliert also, dass ein Teil der menschlichen Seele, und Teil ist hier nur als Metapher zu verstehen, es geht nicht im physikalischen Sinn um einen Teil, göttlich ist und ungeschaffen, also mit Gott identisch. Da knüpft er auch an das Altgriechische, erkenne dich selbst an. Er wird dann am Ende seines Lebens, im Jahr 1325, tatsächlich für seine Lehren der Heresie angeklagt. Und das ist für ihn ein harter Schlag. Und also Heresie bedeutet, dass er Irrlehren verbreitet haben soll oder Abweichung von der Rechtgläubigkeit. Und es wird dann in Köln ein Inquisitionsprozess gegen ihn eingeleitet. Er selber versucht, sein Anliegen, also seine Verteidigung in diesem Prozess, dem Papst vorzutragen. Und so wird dieser Prozess dann nach Avignon verlegt, dort wo der Papst residiert in dieser Zeit. Und Meister Eckart, wie ich ja schon erzählt habe, stirbt dann auch in Avignon. Also er reist dann dorthin, um sich in diesem Inquisitionsprozess zu verteidigen und stirbt dann aber, man weiß gar nicht genau warum, vielleicht an Altersschwäche, vielleicht an Stress, vielleicht, ohne jetzt eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen zu wollen, wurde er auch ermordet. Wie auch immer, er findet dann 1328 in Avignon sein Ende. Und ich habe ja schon erwähnt, es geht in seiner Lehre immer um diese beiden Pole Gott und menschliche Seele. Und es geht ihm darum, wie diese beiden Elemente sich zueinander verhalten. Und letzten Endes identifiziert er ja auch beide miteinander. Und es geht ihm dabei in seinen Predigten und in seinen Schriften darum, dass der Leser oder der Zuhörer selber zu einer Gotteserfahrung gelangt und dadurch die Einsichten, die Meister Eckart beschreibt, nachvollziehen kann. Er selber, ich zitiere ihn hier mal an dieser Stelle, sagt, denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleicht, solange wird er diese Rede nicht verstehen, denn dies ist eine unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar, dass wir so leben mögen, dass wir es ewig erfahren, dazu helfe uns Gott. Und bekannt ist Meister Eckart heute auch vor allem für seine deutschen Predigten und Traktate. Er hat also nicht nur als Universitätsgelehrter in Latein geschrieben, sondern auch auf Mittelhochdeutsch. Er hat sich ganz bewusst an ein im akademischen Sinne ungebildetes Publikum gewandt, was ungewöhnlich und revolutionär war für seine Zeit, um den einfachen Menschen zu einer Gotteserfahrung, zu einer mystischen, erlebnishaften Begegnung mit dem Heiligen zu verhelfen. Und da haben wir ähnlich wie bei Hildegard von Bingen erneut dieses Phänomen, dass die Mystiker auch immer ein Stück weit Revolutionäre sind. Die Mystik ist immer auch gegen die Konventionen und die Obrigkeiten gerichtet. Man könnte ihn auch fast als mystischen Empiriker bezeichnen, weil es ihm letztlich um einen Erkenntnisgewinn geht, der sich aus mystischer Erfahrung herleitet. Der Glaube, der im Christentum, gerade im Katholizismus so sehr betont wird, spielt bei Meister Eckart eine untergeordnete Rolle. Er selber sagt, dass der Glaube sich zum Erkennen so verhält wie eine Meinung zu einem Beweis. Der Glaube ist nur der erste Schritt auf dem religiösen Weg. Dem muss dann aber das Erkennen, die Erkenntnis folgen. Der Mensch soll vom Glauben zum Kennen voranschreiten. Da könnte man wirklich fast schon wieder diesen Bogen zum 18. Jahrhundert spannen und ihn als eine Art Frühaufklärer bezeichnen. Er bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld aus Mystik und Vernunft, was auch dem Zeitalter der Aufklärung inne wohnt. Und das finde ich wirklich so spannend an Meister Eckart und das macht ihn auch so bedeutungsvoll, dass er, könnte man im gewissen Sinne sagen, seiner Zeit dort schon um 500 Jahre voraus war. Er ist eigentlich ein Denker, der eher ins 18. Jahrhundert gehört. Was auch ganz spannend ist, er unterscheidet zwischen Gott und der Gottheit. Und er sagt, der Unterschied zwischen Gott und der Gottheit, der ist so wie der zwischen Himmel und Erde. Unter Gott versteht er den dreifaltigen Gott, wie ihn die katholische Kirche oder das katholische Christentum lehrt. Also dieser Gott, der aus drei Personen besteht, aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei Personen, die bilden zwar eine Einheit, die unterscheiden sich aber wiederum voneinander. Der Vater und der Sohn und Heiliger Geist sind zwar zusammen Gott, aber sie sind natürlich unterschiedliche Personen. Und das führt dazu, dass zwischen diesen drei Personen innergöttliche Vorgänge und Beziehungen möglich sind. Der Vater steht in einer Beziehung zum Sohn. Und daraus leitet Meister Eckart ab, dass dieser Trinitare, dieser Trinitätsgott kann nicht die höchste Ebene sein. Er sagt, darüber gibt es noch eine Gottheit und das ist der echte Gott. Und die Gottheit ist ein, wie er es nennt, einfaltiges Eins, also nicht dreifaltig. Er nennt die Gottheit den grundlosen Grund oder auch ein Verneinen des Verneinens. Und das ist sehr interessant, weil er sich hier in dieser mystischen Auslegung verschiedenen religiösen Strömungen annähert, die mit dem Katholizismus gar nichts zu tun haben. Ja, man könnte diese Gottheit, diesen grundlosen Grund, dieses einfältige Eins, zum Beispiel auch mit dem Nirvana des Buddhismus identifizieren oder mit Allah im Islam. Vielleicht auch mit dem hinduistischen Atman der Seele. Das heißt, dieses Konzept eines transzendenten, völlig unzugänglichen Alleinen taucht als radikaler Monotheismus in verschiedenen religiösen Strömungen auf. Und Meister Eckart führt hier eigentlich den Katholizismus in diese Richtung, ohne dass er die Trinitätslehre von den drei Personen Gottes verneint. Er stellt nur einfach praktisch einen radikal monotheistischen, einfältigen Gott darüber, die Gottheit. Man muss aber auch dazu sagen, dass er in seinen deutschen Predigten manchmal, je nach Publikum, an das er sich richtet, Gott und Gottheit dann auch durcheinander wirft. Das macht er nicht, weil er methodisch unscharf ist, sondern weil sein Publikum, an das er sich wendet, manchmal nicht den Bildungshintergrund mitgebracht hat, der erforderlich gewesen wäre, um jetzt diese theologisch-mystischen Feinheiten zu verstehen. Er sieht in dieser Gottheit, diesen transzendenten Gott, einen unpersönlichen Aspekt der göttlichen Gesamtwirklichkeit. Und diese Gottheit hat keinerlei Merkmal oder Eigenschaften. Nicht mal diese Kategorie, die philosophische Kategorie des Seins trifft auf die Gottheit zu. Also die ist nicht mal seiend. Alles, was wir sonst in der Welt haben, ist seiend, ist Existenz. Sie entzieht sich also einer ontologischen Betrachtung. Ontologie, das ist die Lehre vom Seins. Meister Eckart nennt die Gottheit ein überseiendes Sein und eine überseiende Nichtheit. Er schreibt weiter über die Gottheit, sie sei die verborgene Finsternis des unsichtbaren Lichtes der ewigen Gottheit, ist unerkannt und wird auch nimmermehr erkannt werden. Ganz spannend, ich hatte ja auch schon gesagt, er ist dem Neu-Platonismus zuzurechnen. Er bezieht sich natürlich auch auf die Ideenlehre Platons. Und er übersetzt diesen Begriff ins Deutsche dann mit Urbilder. Und diese Urbilder ordnet er einem Aspekt Gottes zu, den er die göttliche Weisheit oder das Wort Gottes nennt. Und die Ideen als Urbilder alles Geschaffenen sind in Gott, in dieser göttlichen Weisheit. Und die sinnlich wahrnehmbare Welt, in der wir uns bewegen, die bildet diese Urbilder oder Ideen ab. Diese Urbilder, die die Welt abbilden, das ist die Welt, in der wir uns bewegen. Aber zum anderen haben wir auch noch diese Verbindung über den Seelengrund zum Transzendenten Gott. Und um das zu erkennen, müssen gewisse Voraussetzungen geschaffen werden. Und wenn diese Voraussetzungen geschaffen sind, dann kann sich innerhalb der Seele diese Gottesgeburt vollziehen. Und das betrachtet Meister Eckart das auch als eine Notwendigkeit, eine Naturnotwendigkeit, dass Gott das oder die Gottheit das dann automatisch tut. Und das ist auch wieder so ein wichtiger Aspekt von Mystik. Die Mystik, und das tut sie in allen Kulturen, postuliert eigentlich immer, dass der Mensch, wenn er gewisse Handlungsweisen vollzieht, dies könnte Askese sein, Meditation, wenn er dadurch einen gewissen Bewusstseinsstatus erreicht hat, mehr oder weniger sich dann automatisch mit Gott verbindet. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Denn auf der einen Seite ist das richtig. Auf der anderen Seite darf nicht vergessen werden, dass auch die Gnade Gottes notwendig ist, dass man Gott erkennt. Und nicht jeder Mensch ist dann letztlich dazu in der Lage, vielleicht nur in der Theorie. Und um jetzt die Voraussetzungen zu schaffen für diese Gottesgeburt in der Seele, ist etwas notwendig, was Meister Eckart Entbilden bezeichnet. Und das ist jetzt wieder etwas, so ein wirkliches Leckerli für die Geschichtsnerds unter euch. Meister Eckart ist nämlich der Schöpfer des deutschen Begriffs Bildung. Nur das, was wir heute unter Bildung verstehen, nämlich, dass man entweder einen Abschluss an einer Bildungsanstalt oder Einrichtung erworben hat, oder dass man viel Wissen in Form von Informationen angehäuft hat. Das ist in keinster Weise das, was sich Meister Eckart unter Bilden vorstellt. Er nimmt, wenn er von Bilden spricht, Bezug auf das erste Buch Moses, wo es heißt, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau. Das bedeutet, der Mensch ist ein Abbild Gottes im gewissen Sinne. Und das korrespondiert jetzt wieder mit diesem Seelengrund, von dem Meister Eckart spricht, der identisch ist mit der transzendenten Gottheit. Und um den praktisch zu erreichen und sich in der Unium Mystica damit zu verbinden, zu vereinen, muss der Mensch sich entbilden. Das bedeutet, aller Bilder entledigen. Ja, das Wort Bildung, das ist im Mittelalter, wie gesagt, noch etwas anderes als heute. Im Althochdeutschen meint Bildung so etwas wie körperliche Gestalt oder ein körperliches Bildnis. Das haben wir heute noch in unserer Sprache, wenn wir von einer Missbildung sprechen. Eine Missbildung ist dann eine missratene körperliche Gestalt. Im Mittelhochdeutschen, dann zur Zeit Meister Eckarts, da meinte Bildung schon so etwas wie eine von außen aufgenommene, der Seele anvertraute Vorstellung. Das heißt, von dem körperlichen Bildnis, was Bildung im Althochdeutschen meint, ist es im Mittelhochdeutschen dann so etwas wie eine Vorstellung. Und wenn Meister Eckart jetzt von dem Entbilden spricht, dann meint er damit das Loslassen aller Vorstellungen. Das haben wir übrigens heute noch, wenn wir das im Wort Einbildung, wenn ich mir einbilde, ich hätte etwas gesehen, eine Halluzination, dann geht es auch um diese Vorstellung. Und ein Mensch, der laut Meister Eckart in Einheit mit der Gottheit steht, ist ein Mensch ohne Vorstellung. Und sich dann aus diesem Zustand, diesem Erleuchtungszustand, wieder herauszuwenden mit Vorstellungen, das ist für Meister Eckart etwas, was der Ketzerei gleichkommt. Und er fordert, man solle sich in nichts einbilden und nichts solle sich in einen einbilden. Also wir sehen schon, Meister Eckart ringt mit der Sprache, vor allem ringt er mit der deutschen Sprache. Und genau aus diesem Grund verdanken wir ihm sprachgeschichtlich, Er muss hochabstrakte religiöse und psychische Phänomene in Sprache ketten. Und da geht es gar nicht anders, als dass es unheimlich schwierige Satzkonstruktionen letztlich ergibt, die dann auch für uns heute schwer zu deuten sind. Aber man darf nicht vergessen, es sind Sätze für die religiöse Praxis. Liest man sie, kann es sein, dass sie paradox erscheinen oder sinnlos. Man muss immer bedenken, sie sind für den spirituellen Weg als Hilfestellung gedacht. Und durch diesen Prozess des Entbildens wird der Mensch frei von diesen Bildern, von diesen Vorstellungen und schafft einen inneren Raum für Gott. Und erst wenn dieser Mensch innerlich und äußerlich leer ist, kann er dann nach Gott gebildet werden oder in Gott wieder gebildet oder mit Gott überbildet werden. So beschreibt das Meister Eckart. Also er wird dann, nachdem er die falschen Bilder losgelassen hat, zum Abbild Gottes, wie es in der Bibel beschrieben ist. Das heißt, Bildung ist für Meister Eckart ein Prozess, der den Menschen verwandelt und vervollkommnet. Es geht ihm um das Tiefste und das Höchste der menschlichen Seele zugleich. Ich möchte hier noch zwei Zitate von Meister Eckart vorlesen. Und wenn sich daher der Mensch in Liebe ganz zu Gott fügt, so wird er entbildet und eingebildet und überbildet in der göttlichen Einförmigkeit, in der er mit Gott eins ist. Der unermessliche Gott, der in der Seele ist, der nur begreift den Gott, der unermesslich ist, dort in der Seele begreift Gott Gott und zeugt Gott sich selbst in der Seele und bildet sie nach sich. Die Seele oder der Seelengrund ist so etwas wie der metaphysische Raum, in dem Gott sich entfalten kann. Und ich glaube, liebe Zuschauer, ihr habt jetzt schon mitbekommen, welch Tiefe und auch welche Relevanz die Gedanken von Meister Eckart haben und wie weit er doch auch seiner Zeit voraus war, wie weit sein Denken und vor allem auch sein religiöses Erleben, das er mit uns teilt, über das Mittelalter hinausreichen. Und Meister Eckart ist wirklich einer der ganz großen deutschen Denker, der noch heute fasziniert und wo es sich noch heute lohnt, ihn zu lesen. Der Mystiker, dem wir uns nun zuwenden wollen, ist Heinrich Seuse. Heinrich Seuse ist weit weniger bekannt als Meister Eckart oder Hildegard von Bingen und trotzdem ist er sehr bedeutungsvoll. Er wird um 1295 in Konstanz geboren und stirbt 1366 in Ulm. Hier sehen wir eine Darstellung von Heinrich Seuse. Zum einen so ungefähr, wie er ausgesehen hat und die andere Darstellung zeigt ihn, wie er von Dämonen und wilden Tieren angegriffen wird, von den ganzen Versuchungen, die einem Menschen auf dem mystischen Weg begegnen können. Seuse gehörte zum engsten Schülerkreis von Meister Eckart. Deshalb macht es Sinn, ihn hier auch direkt nach Meister Eckart vorzustellen. Er war dessen Schüler und hat dann selbst als Mystiker hohe Bedeutung erlangt. Er gilt auch als der Mystiker, der mit am meisten die deutsche Sprache mitgeprägt hat mit seinen Werken und man spricht ihm eigentlich den reichsten und differenziertesten Wortschatz von allen Mystikern zu. In seinem Werk hat er auch das Schreiben um mystische Prozesse kritisch reflektiert. Er war sich dessen bewusst, dass es total schwierig ist, über diese Vorgänge, die man in der Seele, im Seelengrund erlebt, sinnvoll zu schreiben. Er sagt dann zum Beispiel, wie kann man Bildloses im Bilde darstellen, das über alle Sinne und über menschliche Vernunft ist? Denn was man denn auch für Gleichnis gibt, so ist es noch tausendfältig ungleicher, als es gleich ist. Aber dennoch, damit man Bilder mit Bildern austreibe, so will ich dir hier bildlich mit gleichnisgebender Rede, sofern es denn möglich ist, von denselben bildlosen Gedanken zeigen, wie es in Wahrheit zu nehmen ist. Das heißt, man merkt schon, er knüpft an die Lehren Meister Eckerts an, wo es um dieses Entbilden und dann das Einbilden Gottes geht. Am Ende von Heinrich Seuses Leben, da gibt er so eine Art Gesamtausgabe seiner Werke heraus. Die ist dann die Endversion, die endgültige, letzt bearbeitete Version seiner Schriften. Und diese Sammlung nennt sich Exemplar, das Exemplar des Heinrichs Seuse. Und unter anderem enthält dieses Exemplar auch als eine seiner Schriften seine 1362 verfasste Vita, also seine Lebensbeschreibung, seine Autobiografie im spirituellen Sinne. Und in dieser Vita bezeichnet Seuse sich immer selbst als Diener der ewigen Weisheit. Und seine ganze Vita dient dem geistigen Wege der Nachfolge Christi, die er in drei Stufen beschreibt. In der ersten Stufe, da geht es um Selbstkasteiung, um selbst zugefügtes Leid. In der zweiten Stufe geht es dann darum, Leid nicht mehr selbst zu suchen, sondern die von Gott auferlegten Leiden zu akzeptieren und sich ihnen zu ergeben. So erlange man laut Heinrich Seuse ganz vollkommene Gelassenheit seiner selbst. Und in der dritten Stufe wird dann der Diener der ewigen Weisheit, der dann erleuchtet ist, selbst zum geistigen Lehrer, der diesen Weg der Nachfolge Christi lehrt. Und was Heinrich Seuse so besonders macht und warum ich ihn hier bei den großen Mystikern auch mal vorstellen möchte, das ist eigentlich diese Vita. Weniger die theologischen Feinheiten seiner Lehre, wie das noch bei Meister Eckert der Fall war, sondern eigentlich, was dieser Seuse da als Mystiker so eigentlich gemacht hat. Der hat ja wie gesagt beschrieben, die erste Stufe auf diesem Weg ist die Selbstkasteiung. Und das hat Seuse auch jahrelang praktiziert. Der hat sich also selbst gematert und gefoltert und gequält. Und er beschreibt das in seiner Vita. Und da möchte ich euch mal diesen Abschnitt vorlesen, weil es wirklich beachtlich ist, was der sich da eigentlich selbst angetan hat in der Askese. Er schreibt, eine Zeit lang trug er, also er schreibt über sich selbst, er ist er selbst, Seuse, der Diener der ewigen Weisheit. Eine Zeit lang trug er ein Hemd aus Haaren, ein sogenanntes Heerenesemhemd, und eine eiserne Kette, bis das Blut von ihm niederran, sodass er gezwungen war, sie abzulegen. Er sorgte heimlich dafür, dass ein Untergewand für ihn gemacht wurde. Und an dem Untergewand hatte er Lederstreifen befestigt, in die etwa 150 eherne Nägel scharf zugespitzt und gefeilt getrieben waren. Und die Spitzen der Nägel waren stets auf das Fleisch gerichtet. Darin pflegte er in der Nacht zu schlafen. Und dann ersah er etwas anderes, zwei Lederhandschuhe, und er veranlasste einen Schmied, sie über und über mit scharf gespitzten Stiften auszurüsten. Und er pflegte sie nachts anzulegen, damit, wenn er im Schlafe versuchen wollte, das haarige Untergewand abzulegen oder sich selbst von den Stichen der ekelhaften Insekten zu befreien, die Stifte dann in seinen Körper einbringen sollten. Das heißt, er hat sich wirklich, bis das Blut fließt, auf verschiedenste Arten gequält. Und das hier ist nur ein Auszug von vielen. Das waren schon sehr ausgefeilte Martern und Wege der Selbstkasteiung. Das ist halt interessant. Er schreibt dann auch weiter an einer anderen Stelle, ach zarter Gott, könnte ich mir doch irgendein Liebeszeichen erdenken, dass ein ewiges Liebeszeichen zwischen dir und mir wäre, eine Urkunde, dass ich dein und du meines Herzens ewige Liebe bist, ein Zeichen, das kein Vergessen je vertilgen könnte. In diesem inbrünstigen Ernst warf er vorn sein Skalpulier, das ist praktisch so ein Mönchstracht, so ein Überwurf, auf und entblößte seinen Busen und nahm einen Griffel in die Hand und sah sein Herz an und sprach, ach gewaltiger Gott, nun gib mir heute Kraft und Macht, mein Begehren zu vollbringen, denn du musst heute in den Grund meines Herzens geschmelzt werden. Und fing an und stach mit dem Griffel in das Fleisch, an der Stelle über dem Herzen, und stach also hin und her und auf und ab, bis er den Namen IHS, also das Siegel für Jesus Christus, genau auf sein Herz gezeichnet hatte. Von den scharfen Stichen strömte das Blut stark aus dem Fleisch und rann über den Leib herab in den Busen. Das war ihm in seiner feurigen Liebe ein so lieblicher Anblick, dass er des Schmerzes nicht viel achtete. Ja, es ist schon interessant, das mal so zu lesen. Man streitet sich auch in der Forschung ein wenig darüber, beschreibt Heinrich Seuse hier tatsächlich, was er getan hat, oder sind das literarische Übertreibungen und Gewaltdarstellungen, wie sie für das Mittelalter nicht unbedingt untypisch sind. Auch in den Arthus-Romanen fließt teilweise massiv das Blut. Mittelalterliche Literatur ist teilweise sehr brutal und deutlich und überzeichnet in den Gewaltdarstellungen, ähnlich wie heute Hollywood-Filme. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, es gibt ja auch heute noch in Indien Asketen, die Sadhus, oder die muslimischen Asketen in Indien, die Fakire, die sich teilweise auch martern und asketische Übungen durchführen, die für uns sehr entspiritualisierte Europäer teilweise erschreckend sind. Auf jeden Fall kommt dann ja Heinrich Seuse am Ende seines Lebens dahin, dass diese selbst auferlegten Martern gar nicht notwendig sind für diese Nachfolge Christi, für den mystischen Weg, sondern zu extrem sind, dass man sich eher in das Leiden und die Martern, wie beispielsweise Krankheiten, die einem geschickt werden, oder Schicksalsschläge ergeben soll. Für uns ist hier an ihm eigentlich beachtlich, dass sich die ganze Mystik ja eben um dieses Leiden dreht. Also das ist keine freudvolle Angelegenheit. Es geht darum, den irdischen Leib letztlich zu besiegen, zu transzendieren und geistig über den Körper durch das Ertragen des Leidens hinauszuwachsen. Was ich euch jetzt präsentieren möchte, liebe Zuschauer, ist wirklich ein absoluter Leckerbissen der deutschen Geistesgeschichte und etwas, was wahrscheinlich keiner von euch kennen wird. Es geht um ein Buch, das im Jahr 1400 erschienen ist, Der Ackermann aus Böhmen. Und dieses Buch, Der Ackermann aus Böhmen, wurde von einem gewissen Johannes von Tepel geschrieben. Johannes von Tepel ist streng genommen gar kein Mystiker. Das ist nicht wie Hildegard von Bing oder Meister Eckart oder Seuse jemand, der ein religiöses Leben geführt hat in diesem Sinne, sondern der war als Stadtschreiber und Notar tätig, wurde um 1350 in Schüttwar geboren und starb 1414 in Prag. Er hat uns aber dieses wirklich beachtliche, überaus interessante, mystische Buch hinterlassen, Der Ackermann aus Böhmen. Und es ist auch eins der ersten deutschen Bücher, welches Holzschnitte enthält. Hier sehen wir so aus einer Ausgabe diesen Holzschnitt. Ich zeige euch mal hier ein weiteres Bild aus einer anderen Ausgabe. Und was man da sieht, das ist immer dieser böhmische Ackermann und der Tod. Und genau darum geht es in diesem mystischen Werk. Es ist wirklich ein ganz spezielles Buch. Es ist unbekannt. Ich meine, ihr könnt euch ja mal die Frage stellen, ob ihr es gekannt habt oder ob ihr jemanden kennt, der schon mal vom Ackermann aus Böhmen gehört hat. Wahrscheinlich nicht. Und doch ist es ein Meisterwerk der deutschen Geistesgeschichte. In dem Buch geht es um ein Disput zwischen dem Ackermann und dem Tod. Der Ackermann hat seine Frau verloren. Seine Frau, die er über alles geliebt hat, ist gestorben. Und er, der kleine Ackermann, dieser Bauer, erdreistet sich nun, den Tod persönlich anzuklagen. Dieser Tod, der ihm alles genommen hat. Der ihm diese Freude des Lebens weggenommen hat. Und er klagt ihn an. Und das Buch ist in 34 Kapitel eingeteilt. Und immer in einem Kapitel spricht der Ackermann, der den Tod anklagt. Und im nächsten Kapitel ist es dann so, dass der Tod sich verteidigt. Und die geraden Zahlen, die geraden Kapitel hat immer der Tod. Die ungeraden hat der Ackermann. Da steckt auch schon eine gewisse Symbolik hinter. Und was das Ganze auch so interessant macht, der Ackermann klagt ihn an, dass er seine geliebte Frau verloren hat. Und hier wird praktisch das erste Mal das Konzept der Ehe als Liebesgemeinschaft gezeigt. Das ist für uns heutzutage ja selbstverständlich. Die romantische Hochzeit, zwei liebende Heiraten, das war im Mittelalter, aber gar nicht so üblich. Man hat aus anderen Gründen eher aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus geheiratet. Und auch die Kirche hat eigentlich keine Liebesheirat propagiert. Und hier spricht aber der Ackermann ganz klar von dieser Liebesgemeinschaft. Der Ehe als Liebesgemeinschaft. Er hat seine geliebte Frau verloren. Was auch interessant ist, dadurch, dass er den Tod anklagt, lehnt sich hier der Mensch eigentlich gegen die Allmacht Gottes auf. Und das ist mal wieder hochrevolutionär, typisch für so mystische Werke. Man könnte im gewissen Sinne aus diesem Grunde das Buch auch dem Frühhumanismus zuordnen als Epoche. Und vielleicht in einem gewissen Sinne damit auch als Vorläufer der Aufklärung. Wie gesagt, die Mystiker haben immer im gewissen Sinne die Aufklärungsepoche vorgedacht. Was ich auch ganz interessant finde, jetzt gibt es ja immer diese Wechselrede. In einem Kapitel spricht der Ackermann. Im anderen Kapitel der Tod, der sich verteidigt. Im 33. Kapitel, man beachtet die Zahlensymbolik. 33, wir kennen das auch aus der Freimorcherei, aus dem alten und angenommenen schottischen Ritus. Im 33. Kapitel tritt jetzt Gott auf und spricht ein Urteil. Und Gott sagt dann, praktisch, dass beide sich in ihrem Disput gut geschlagen haben, dass dem Ackermann die Ehre zukommt, dem Tod aber der Sieg. Und das ist auch interessant. In der Kabbalistik gibt es diese 32 Pfade zur Weisheit. Und dann könnte sagen, jedes Kapitel entspricht dann einem dieser Pfade, bis im 33. Kapitel Gott auftritt. Und das ist auch sprachlich sehr bildhaft und sehr überdeutlich, wie jetzt dieser Ackermann den Tod anklagt. Im ersten Kapitel schreibt er dann, oder sagt er besser gesagt, grimmiger Zerstörer aller Länder, schädlicher Verfolger aller Welt, grausamer Mörder aller Leute, ihr Tod, euch sei geflucht, Gott, euer Schöpfer, hasse euch, Unheilsauswuchs sei mit euch, Unglückhause verheerend bei euch, gänzlich entehrt seid immer, Angst, Not und Jammer verlassen euch nicht. Wo ihr umgeht, Leid, Trübsal und Kummer, die geleiten euch allenthalben, leidige Anklage, schandvolle Erwartungen und peinigende Strafe, die bedrängen euch heftig an jedem Ort, Himmel, Erde, Sonne, Mond, Gestirne, Meer, Gewoge, Berg, gefilde Täler, Auen der Hölle, Abgrund. Auch alles, was Leben und Wesen hat, sei euch Feind, missgünstig und verfluche euch in alle Ewigkeit. Ihr Schlechtigkeit geht unter in jämmerlicher Unbehaustheit, schwindet ihr und in der unwiderruflichen, strengsten Ächtung durch Gott, alle Menschen und sämtliche Geschöpfe, haltet aus für alle Zukunft, schamloser Bösewicht, euer böses Andenken lebe und dauere ohne Ende, Angst und Schrecken trennen sich von euch nicht. Ihr seid, wo ihr seid, von mir und der Allgemeinheit sei über euch wahrhaft Zeter geschrien, mit gewundenen Händen. Der Tod antwortet, hört, hört, neue Wunder, grauenhafte und unerhörte Anklagen richten sich gegen uns. Von wem die kommen, das ist uns ganz unbekannt, doch Drohnen, Fluchen, Zetern, Schreien, Händewinden und alle Angriffe haben wir bislang allseits gut überstanden. Und dann geht es immer so weiter. Dann stellt sich der Ackermann vor und erklärt halt dem Tod, dass der Tod ihm seine geliebte Frau geraubt hat. Und das entwickelt sich halt dieser philosophische Disput, der diese vielen mystischen Anklänge hat. Und ich wollte euch dieses Buch einmal vorstellen, weil ich es wirklich für eine Perle der deutschen Geistesgeschichte halte, die heute zu Unrecht unbekannt ist. Es ist ein Buch, was eigentlich an Schulen gelesen werden sollte, denn diese Reflexion über den Tod und die Notwendigkeit des Sterbens und gleichzeitig diese Verbindung zum Leid des Menschen ist hochaktuell. Um 1400 erschienen vor über 600 Jahren und immer noch brandaktuell ein wunderbares Buch der Ackermann aus Böhmen. Kommen wir nun zum ja wahrscheinlich am schwersten zu deutenden aller deutschen Mystiker zu dem Mystiker, dessen Werk aus meiner Sicht auch irgendwie etwas Dunkles anhaftet, der schwer zu verstehen ist. Es geht um Jakob Böhme. Ich habe ja am Anfang dieser Sendung gesagt, Meister Eckart ist der wahrscheinlich einflussreichste der deutschen Mystiker, aber er ist wirklich sehr dicht gefolgt von Jakob Böhme. Jakob Böhme ist eine Geistesgröße, an der man nicht vorbeikommt. Er hat die Mystik geprägt, das heißt, alle, die nach ihm kommen, beziehen sich mehr oder weniger immer wieder auch auf ihn. Er hat auch bis ins Ausland hineingewirkt. Zum Beispiel gibt es in Frankreich eine esoterische Strömung der Martinismus, der auf Jakob Böhme zurückgeht. Und ich selbst habe mich auch mit seinem Werk befasst und muss ehrlich gestehen, er gehört zu den ganz wenigen Autoren, die ich kaum verstehe beim Lesen. Also Jakob Böhme ist unglaublich anspruchsvoll. Er schreibt in einer ganz eigenen Sprache. Hegel, der große deutsche Philosoph des Idealismus, nannte Jakob Böhme den ersten deutschen Philosophen. Das könnte man auch so sehen, wobei ich ihn tatsächlich mehr als Mystiker verorte. Böhme wurde so um 1575 in Alt-Seidenberg bei Görlitz geboren und ist 1624 mitten im Dreißigjährigen Krieg auch in Görlitz gestorben. Noch heute gibt es auf der polnischen Seite der Stadt Görlitz das Haus, in dem er gelebt hat. Sein Vater war ein wohlhabender Bauer und Jakob Böhme wurde dann in die Schuhmacherlehre praktisch geschickt. Das heißt, er hat das Schuhmacherhandwerk gelernt, war auch auf Wandersjahren, hat sich dann um 1594 als Schuhmachermeister in Görlitz niedergelassen, hat geheiratet, hat in den Jahren zwischen 1600 und 1606 vier Söhne bekommen und hat ein weltliches Leben geführt als Schuhmachermeister und dann später hatte er auch glaube ich einen Textilhandel oder sowas mit seiner Frau zusammen, war also ein ganz normaler Bürger der Stadt auf den ersten Blick, er hatte keinerlei akademische Bildung, im Gegensatz zu einem Meister Eckert hat er nie eine Universität besucht, trotzdem konnte er lesen und schreiben, war unglaublich intelligent und hat anspruchvolle philosophische Werke studiert, aber vor allem auch die Bibel und in diesen Jahren zwischen 1600 und 1606 da hat er mehrere tiefgreifende mystische Erfahrungen also ähnlich wie bei Hildegard von Bingen mit ihren Visionen hat auch Jakob Böhme innere Wahrnehmungen Erfahrungen des göttlichen Wesens die ihn zwingen schriftstellerisch tätig zu werden das mitzuteilen und da um 1612 verfasst er dann sein erstes großes wichtiges Werk Aurora oder die Morgenröte im Aufgang das ist die Schrift von Böhme die ich selbst gelesen habe und wo ich sagen muss ich habe phasenweise wirklich nur Bahnhof verstanden er beschreibt in einer sehr eigenwilligen Sprache und auch natürlich in einem altertümlichen Deutsch innergöttliche Prozesse die auf einer enormen Abstraktionsebene stattfinden und natürlich auch untrennbar von seinem mystischen Erleben sind es ist wirklich ein schwieriges Buch man muss wahrscheinlich lange drüber meditieren es mehrfach lesen aber Böhme ist faszinierend er ist etwas dunkles auch also Böhme ist ein besonderer Mystiker wenn man so will er eckt dann auch mit seinem Werk der Morgenröte an wird kurzfristig inhaftiert er wird mit einem Schreibverbot belegt an das er sich auch mehrere Jahre lang hält bis dann 1618 interessanterweise das Jahr in dem der 30 jährige Krieg beginnt der ja ein Konfessionskrieg ist wird er letztlich von Freunden die sich wie so ein Schülerkreis um ihn gescharrt haben dazu überredet wieder mit dem Schreiben anzufangen und er hat dann bis zu diesem Zeitpunkt auch sich sehr intensiv mit dem Neuplatonismus und mit den Werken von Paracelsus auseinandergesetzt also ein hochgebildeter Mann nur eben als Autodidakt nicht im akademischen Sinne und dann schreibt er 1624 das Werk der Weg zu Christo ein weiteres mystisches Werk es sind einige seiner Schriften erhalten und letzten Endes kann man sagen dass Jakob Böhme sich gegen die geistige Erstarrung des Protestantismus wendet der Protestantismus hat ja als eine sehr vitale Bewegung mit Luther angefangen und ist dann sehr schnell dogmatisch geworden erstarrt und hat sich ja vielleicht von dem mystischen Kern entfernt ist zur Theologen Religion verkommen und dieses ganze mystische Gedankengebilde von Böhme das kreist häufig um das Verhältnis von Natur und Gott man könnte ihn in gewissem Sinne auch als Pantheisten bezeichnen der Gott auch in der Natur findet und für ihn werden verschiedene Prinzipien wie zum Beispiel das Gute und das Böse beide als ewig wehrende Kräfte aus Gott abgeleitet die alle Kreaturen beweglich machen das heißt auch Gott ist irgendwo das Böse inne deshalb spricht Böhme auch manchmal vom zornigen Gott und dieser Widerspruch zwischen Gut und Böse der Beide wobei das aus Gott abgeleitet wird das ist auch das was ein notwendiges Moment ist in allen Erscheinungen der Wirklichkeit das es ist schon sehr schwierig zu begreifen weil es auf seiner hohen Abstraktionsebene ist und so sehr eben an dieses persönliche Erleben Böhmes gekettet ist was er dann da so schreibt und beschreibt was interessant ist er betont auch immer ein weibliches Prinzip Gottes die sogenannte Sophia die Weisheit die er für die Erkenntnisfähigkeit des Menschen als wesentlich erachtet und die definiert er ganz klar als weiblichen Aspekt Gottes er schreibt hier zum Beispiel Himmel und Hölle überall gegenwärtig es ist nur eine Einwendung des Willens entweder in Gottes Liebe oder in Zorn also der Mensch muss sich für den zornigen Bösen den höllischen oder den liebevollen himmlischen Aspekt Gottes durch seinen Willen entscheiden das heißt die Willensfreiheit wird hier auch betont oder die Freiheitsfähigkeit des Menschen in Bezug zum göttlichen Urgrund an einer anderen Stelle schreibt Böhme der Himmel ist in der Hölle und die Hölle ist im Himmel und solche paradoxe Äußerungen werden sie auch schon bei Meister Eckart in ähnlicher Form gehört sind sehr typisch für die Mystik denn in der Mystik wird die Kette der Logik gesprengt und der Geist wächst über diese irdische Ebene hinaus in einen Bereich wo Paradoxien möglich sind in Gott sind alle Widersprüche aufgehoben hier hier schreibt an einer anderen Stelle so man aber will von Gott reden was Gott sei so muss man fleißig erwägen die Kräfte in der Natur dazu die ganze Schöpfung Himmel und Erde sowohl Sterne und Elemente und die Kreaturen an dieser Stelle wollen wir es belassen Jakob Böhme ist in einem gewissen Sinne zu unzugänglich und schwierig und tief um ihn in so einer Sendung gänzlich zu ergründen ich kann nur dazu raten wenn diese Mystik einsteigen möchte mal eine seiner Schriften zu lesen oder besser gesagt zu studieren und passagenweise in kleinen Häppchen sich das zuzuführen und drüber zu meditieren ist vielleicht ins eigene Gebet mit einzubeziehen Böhme ist kein Autor den man so als gute nacht lektüre liest und dann intellektuell versteht bei Böhme geht es viel um ein mystisches erleben er ist weichen stellen man rechnet ihn auch zur sogenannten schlesischen mystik zu die Stadt Görlitz heute gehört sie zum bundesland Sachsen ist aber eigentlich historisch Teil Schlesiens ist noch immer die einzige schlesische Stadt die noch zu deutschland gehört und er war nicht der einzige mystiker aus schlesien in dieser zeit im 17 jahrhundert der bedeutsam war und und der nächste den wir uns jetzt einmal anschauen wollen gehört auch zu dieser gruppe der schlesischen mystiker der mann von dem hier die rede ist ist niemand geringerer als johannes schäffler besser bekannt als angelus silesius er wurde 1624 in breslau geboren und ist 1677 auch dort gestorben sein vater war ein adliger aus krakau der als strenger protestant fliehen musste nach breslau gekommen ist krakau liegt ja in polen man muss dazu sagen krakau war lange zeit eine stadt mit einer deutschen bevölkerungsmehrheit und ich vermute da die familie schäffler heißt dass sie zur deutschen bevölkerungsgruppe gehört haben ja jedenfalls so um 1644 gelangt johannes schäffler dann in die niederlande im rahmen seines studiums das er zuvor schon in straßburg aufgenommen hatte er studiert nämlich medizin aber hier in den niederlanden passiert was besonderes was weichenstellen für sein leben sein wird er kommt in kontakt mit den schriften von jakob böhm er wird also böhmianer wenn man so will er macht dann später in italien padua 1648 interessanterweise das jahr neben der 30 jährige krieg endet sein doktor in philosophie und medizin und das nächste einschneidende erlebnis ist dann dass er zurück in schlesien im jahr 1653 öffentlich vom protestantismus abstand nimmt und der römisch katholischen kirche beitritt und da nimmt er dann als neuen namen den namen angelus an angelus bedeutet so viel wie engel oder boote und da er nicht verwechselt werden möchte mit einem anderen autoren der schon so heißt nennt er sich angelus silesius silesius ist lateinisch für schlesien also der schlesische angelus oder der engel oder der engel aus schlesien praktisch sein neuer name heute würde man sagen künstlername als grund für seinen übertritt zum katholizismus nennt er neben dem studium der werke böhmis die frevliche verwerfung der mystik die der christin höchste weisheit sei also die protestanten haben die mystik verworfen die die protestantische kirche ist erstarrt und er sieht halt in der mystik die höchste weisheit der christenheit auch unterstellt er dem protestantismus eine abgötterei der vernunft und das ist ja wieder interessant bei bei meister eckart war die vernunft noch betont und führte zur mystik es ist ein spannungsfeld was immer irgendwie zusammengehört das mystische erleben und die betonung oder die reibung an dem themenbereich vernunft er macht richtig karriere um 1654 wird er Hofarzt bei kaiser ferdinand dem dritten aber was ihn so interessant macht ist jetzt nicht seine biografie oder sein übertritt zum katholizismus sondern das werk das er uns hinterlassen hat und da vor allem seine dichtung der chirubinische wandersmann und der chirubinische wandersmann gilt als höhepunkt der barocklyrik und ich selbst kann nur bestätigen das sind unheimlich schöne verse die angelus selesius gedichtet hat voller mystischer tiefe voller schönheit der sprache ein meisterwerk wieder mal der deutschen literatur was heute relativ unbekannt ist weitestgehend vergessen aber ich kann nur jedem von euch liebe zuschauer und zuhörer der mystisch interessiert ist dieses werk wirklich ans herz legen der chirubinische wandersmann und an dieser stelle möchte ich selber eigentlich schweigen mit meinen gedanken und einmal angelus silesius sprechen lassen und passagen aus diesem weg vorlesen aus diesem werk vorlesen weil sie einfach wunderschön sind und von einer großen gedankentiefe zeugen gott ist ja nichts als gut verdammnis tod und pein und was man böse nennt muss mensch in dir nur sein das licht der herrlichkeit scheint mitten in der nacht wer kann es sehen ein herz das augen hat und wacht gott wohnt in einem licht zu dem die bahn gebricht wer es nicht selber wird der sieht ihn ewig nicht halt an wo läufst du hin der himmel ist in dir suchst du gott anderswo du fehlst ihn für und für ich bin so groß als gott er ist als ich so klein er kann nicht über mich ich unter ihm nicht sein nicht du bist in dem ort der ort der ist in dir wirfst du ihn aus so steht die ewigkeit schon hier kein ding ist hier noch dort das schöner ist als ich weil gott die schönheit selbst sich halt verliebt in mich gott ist so über als dass man nicht sprechen kann drum betest du ihn auch mit schweigen besser an gott ist ein geist ein feuer ein wesen und ein licht und ist doch wiederum auch dieses alles nicht gott ist ja lauter nichts ihn rührt kein nun und hier je mehr du nach ihm greifst je mehr entwird er dir ich will nun euer nicht ich werfe mich allein ins ungeschaffene meer der bloßen gottheit ein her es genügt nicht wenn ich dir nach art der engel diene und in vollkommenheit der götter von dir grüne es ist mir viel zu schlecht und mein geist zu klein wer dir recht dienen will muss mehr als göttlich sein soll ich mein end und meinen ersten anfang finden so muss ich mich in Gott und Gott in mir ergründen naja so in der art geht es dann immer und immer weiter Angelus Silesius hat kurze und prägnante schöne Verse übermittelt einer hat sogar Einzug in Hollywood gefunden den ich eben schon verlesen habe ich bin so groß als Gott er ist als ich so klein er kann nicht über mich ich unter ihm nicht sein der Satz wird von Robert De Niro in dem Film Kap der Angst zitiert da spielt er so einen psychopathischen Ex Sträfling der das an einer Stelle mal dieses Zitat bringt also selbst in Hollywood ist Angelus Silesius bekannt nur an deutschen Schulen natürlich nicht dort liest man dann eher Schundliteratur aus dem 20. Jahrhundert was sehr traurig ist ich wollte ihn an euch an dieser Stelle vorstellen weil ich ihn für einen besonders schöngeistigen und feinfühligen Mystiker halte der uns ein filigranes werk gegossenen schönen Worten vererbt hat liebe Freunde ich hoffe diese Reise in das Reich der Mystik hat euch gefallen hat euch inspiriert lässt euch vielleicht verändert zurück vielleicht habt ihr Lust bekommen euch mit mystischer Literatur zu befassen seid inspiriert ich kann euch eigentlich jeden der vorgestellten Mystiker wärmstens empfehlen Jakob Böhme wie gesagt halte ich für etwas schwierig aber Meister Eckert die deutschen Predigten und Traktate Angelus Silesius das ist wirklich ein Lesegenuss ein besonderes Erlebnis aber auch Hildegard von Bingen gerade ihr Kräuter und Heilwissen ist zeitlos hochaktuell und gilt immer wieder neu entdeckt zu werden und wenn ich es geschafft habe mit dieser Sendung euch ein Gefühl zu geben für die Geistestiefe unserer deutschen Kultur und das jetzt mal jenseits des 18. Jahrhunderts wo die großen Klassiker Goethe Schiller Lessing und Co gewirkt haben sondern noch davor im 17. Jahrhundert im Mittelalter was wir da so alles hatten auch der Ackers Mann aus Böhmen was für ein wunderbares interessantes Buch auch hier eine wärmste Lese Empfehlung sich damit mal auseinander zu setzen diese mystisch philosophische Reflexion über das Sterben Wenn ich euch da begeistern konnte dann war diese Sendung ein voller Erfolg und ich hoffe ihr hattet Spaß ich freue mich riesig auf eure Kommentare was ihr alles noch beizutragen habt und ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen für all die Mystiker die ich ausgelassen habe ich weiß da sind noch einige die ich nicht genannt habe ich musste natürlich eine Auswahl treffen und ich habe eine Auswahl nach persönlichen Vorlieben getroffen ganz klar wen ich besonders ausgelassen habe ist Johann Valentin André den Begründer des Rosenkreuzertums und das hat einfach nur den Grund das hebe ich mir nochmal auf für eine gesonderte Sendung über die Rosenkreuzerei also freut euch da thematisch auf eine Fortsetzung und wie gesagt schreibt fleißig Kommentare teilt diese Sendung und vielen lieben Dank fürs Zuhören ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag oder Restabend in dem Sinne liebe Leute Ciao und bis bald